hallo und herzlich willkommen zurück zu farm together 2 der ep steht hier schon voll in den startlöchern weil er möchte sich um ich habe vergessen was er eigentlich wollte irgendwas wollte er sich jetzt gerade kümmern machst du denn auch die die hühner gleich noch kurz ja aber ich mache erstmal ich muss abhauen also guten tag und auf wiedersehen ich muss arbeiten da war er auf immer wiedersehen ich muss das bild abholen hier na gut also wir haben heute einiges vor und zwar wird es wieder so ein bisschen dekorativ heute nämlich wollen wir hier den eingangsbereich mal ein bisschen hübscher gestalten bisher haben wir uns ja nur darauf konzentriert dass die farm halt eben schön wächst und auch ganz gut geld macht und so und jetzt haben wir gedacht jetzt haben wir mal wieder ein paar edelsteine aber noch nicht genug um wieder eine erweiterung zu holen deswegen machen wir uns den eingangsbereich mal ein bisschen schöner und zwar was mache ich denn mit den blumen die setze ich am besten erst mal so ein bisschen zur seite würde ich sagen die und die ach so sind andere blumen die mal alle zusammen mal ein bisschen noch hier wie viel sind das 14 ja egal die bleiben ja nicht hier stehen die sobald man hier irgendwas machen möchte was man mal zeigen möchte zack ist schon wieder die nacht drin das ist so schrecklich dieses spiel scheint irgendwie zu 60 prozent nur aus nacht zu bestehen es ist echt schlimm also auch privat wenn ich irgendwo rauf gehe denke ich mir ah schön bis wieder ein farm drin sagt fünf minuten später nacht ich sehe nichts in dem moment ich habe keinen platz mehr da hinten können wir noch was hin machen das ist also es war vorher schöner muss ich ganz ehrlich sagen bevor die dann ein update gemacht haben und plötzlich hat man irgendwie die meiste zeit nur noch nacht hier drin es ist halt ja man hat fast nichts an deko mit lichtern also nicht viel auswahl momentan du wolltest jetzt hier aber nur haben ne moment wir hatten gesagt dass wir den wolltest du jetzt den hubbel haben oder wollte machen wir jetzt blumen hinten also den mittleren machst du erstmal den kleinen machst du weg ja ja den mache ich auf jeden fall weg aber den großen aber wenn das wenn das deko ist dann ist auch schöner wenn das so leicht erhöht ist oder nicht ja aber das sind blumen die möchte ich dekorativ hier hier drauf ich mache erstmal den in der mitte mal jetzt erstmal weg so da willst du dann nur blumen drauf machen wir sind doch nicht in holland ja ich wollte aber einen kleinen blumengarten machen klein ja die habe ich jetzt erstmal also da hinten die die habe ich zur seite gestellt also ich wollte jetzt hier vorne so ein bisschen blumengarten machen da stört das natürlich ein bisschen wenn das jetzt hier so rubbelig ist ich weiß werden eigentlich gesagt wir wollten alles so lassen wie es ist bis auf kleine änderungen aber da das der eingangsbereich ist da möchte ich es halt doch schon schön haben was meinst du ja mach wenn du das die idee so hast wie du das dann da gestalten aber nee aber meistens kommt das während ich was mache deshalb sieht das alles so chaos aus bei dir so chaos nein bei mir ist es jetzt sehr schön dekoriert bis auf die stellen wo das noch nicht alles freigeschaltet ist die sind noch nicht so hundertprozentig dekoriert so okay gut jetzt ist natürlich noch die frage welche blumen nehmen wir wie machen wir das und überhaupt was haben wir überhaupt hier an deko wir haben noch nicht so viel Könnten wir eigentlich immer was ist mit den farben das sieht auch cool aus wenn man mal so schnee bereich macht die frage ist machen wir so verschiedene schnee bereiche uns also schnee und und dings bereiche sand wir können aber ja aber doch nicht alles direkt vor der tür oder nein nicht vor der tür ich meine jetzt so im laufe der zeit hier also wenn es schnee macht dann muss auch so ein bisschen gebier gemacht sollte man schon mal die 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 höchste stufe dann machen irgendwie was machen wir denn eine 30 die haben halt mehr die sind acht stunden haben aber auch nicht so viel ist natürlich eine frage der optik auch was wir hier hinstellen könnte natürlich von allem etwas machen ich habe noch nicht so einen richtigen plan was ich hier mache aber ich fange mal an und wenn sie will haben wir denn hier 34 15 moment 3 4 5 6 7 8 9 10 eigentlich müssten wir das dann rüber ziehen oder wir machen dahinten die zwei noch das könnten wir auch machen damit das so ein bisschen schöner aussieht da müssten wir nur theoretisch erstmal hier die bäumchen ein bisschen weg machen was würde ich jetzt in die schweine äh die schweine um die hühner noch gekümmert von der quest äh ja ich bin mir gerade nicht sicher hatten wir da hinten eine ecke mit den mit den apfelbäumen mit den normalen doch das sind doch die hier oder setze ich die jetzt erstmal hier rüber wenn wir später mal eine fläche brauchen dann können wir die ja immer noch hier weg machen ich habe absolut keine ahnung was ich machen soll aber ich fange schon mal an damit die frage ist jetzt dass man mit 3 3 3 und dann 1 2 3 und dann ziehen wir das da durch das wollte ich nicht machen ich wollte das eigentlich das wird das stimme erstmal zur seite ich habe große pläne vor keine ahnung wie ich sie umsetze aber ich habe große pläne du bist so ruhig das gefällt mir gerade gar nicht irgendwer da bist du gerade hier irgendwo blödsinn am machen wenn menschen ruhig sind das ist immer ganz ganz böse besonders bei kindern ja das machen wir jetzt zu und ich habe keine ahnung bis wo das jetzt hier oben gehen soll ach das war ja das war jetzt das war jetzt richtig doof es sei denn ich mache das anders und zwar ich arbeite mich zur mitte durch ich weiß noch nicht so genau was ich hier gerade vorhabe aber ich werde es tun wenn man zwei nicht gleich hinkommen erkennt nichts mehr wieder dann hast du dein ziel erreicht ähm dann suche ich das weiter ja ist das doch das ist doch eigentlich mittig oder aber das ist weil es da nicht gleich abschließt wieso haben wir so ein bisschen anders hä warum haben wir nur sechs stück von ok die sind teuer wir haben von dem bambus goldene bambus haben wir nur sechs stück warum haben wir nur so wenig davon das passt aber alles so gut runter bumm das ist ja wohl kunft ab hm ne 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 nicht mhm ich bin mal nicht sicher Und dann haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das ist genau das, was nicht gut ist. Ich muss das so machen. Und so. Wie nicht mhm. Hä? Du hast doch gerade gesagt, nicht mhm. Ja, ich suche gerade den Bambus. Da haben wir 6 Stück irgendwo, müssen 1 in 6 Pinne stehen. 6 Bambusse? Ja, wo haben wir denn 6 Bambusse gepflanzt? Die sind doch auch mehr. Ja, da wo du jetzt bist, das sind die doch, oder nicht? Ja, aber das sind nicht alle. Nicht da, wo du drauf bist, da wo du gerade hingefahren bist und dann wieder zurückgefahren bist. Ach da, ja. Ich mach da mal ein paar mehr dahin, oder? Ja, aber verballern nicht das ganze Geld. Ich brauche noch was für die Blumen, ne? Aber nur viel, wenig brauchst für die Blumen. Mhm. Guck mal, das sind 9. Das sind 18. Guck mal. So, das reicht. Jetzt haben wir dann auch mal ein paar mehr von. Ja, jetzt setzen wir mal ein bisschen anders. Sehen wir mal so. Hat die Wege gefallen überhaupt nicht? Da stimmt was nicht mit den Wegen hier. Wie, da stimmt was nicht mit den Wegen? Ja, hier fehlen Wege. Einfach hier ist es bodenlos. Da fehlt ein Stück Weg. Was hast du denn hier gemacht? Du hast nur was zu meckern. Hallo, du hast diese Farm mit mir zusammen gemacht. Nein, da war ich... Das war deine Entscheidungsgewalt. Ja, ja, ist klar. Ich hab jetzt wahllos einfach die ganzen Diamanten aus. Ja, aber nicht wahllos, bitte. Nee, 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 nicht wahllos. Also da wollen wir... Oh, das wollen wir nicht. Da wollen wir schon was Vernünftiges dann haben. So. Hau mal das. Dann könnten wir theoretisch... Noch dieses machen. Das so machen. Oh, das so. So. Was höre ich hier die ganze Zeit? Willst du hier neben mir irgendwas dann machen? Nee. Nein, ich doch nicht. Da hinten kommst du gerade an. Nein, das bin ich nicht. Naja, nee, ist klar. Ich meine, wie viel haben wir hier? Da hätten wir... Schade, das würde jetzt nicht passen. Das sind Vierer, ne? Dann nehmen wir... Blau haben wir noch gar keine hier drüben. Das ist mal so. So. Welche habe ich denn da jetzt genommen? Die... Bier, ne? So. So. Ganz schön und edel aussehen. Einfach mal so ein schönes... Hallo, du bist hier auf unserer Farm. Schau dich um. Genieß die Zeit. Weißt du, sowas in der Art. Ach, was hat der denn jetzt schon wieder zu meckern? Ja, hier sind so Sachen, die gesetzt haben, die hier nix zu suchen haben. Du bist bei den Schweinen, die hast du selber gemacht. Also, die haben wir zusammen gemacht. Nee, 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 nee. Mhm. Aber willst du da jetzt einen hohen oder einen niedrigen Zaun haben? Ich finde, die niedrige passt besser, oder? Das weiß ich nicht. Was machst du denn jetzt? Was machst du hier für einen Quatsch? Das sag ich dir nicht. Du kannst nicht schweigen. Wir hatten zwar gesagt, dass wir da Zäune reinmachen. Was für ein Hochfahren. Ja, so ein Hochfahren noch. So ein Hochgehen. Warum? Das geht aber nicht. Ja, weil es ist ja so, genau. Oh Gott. Ich bleib bei den Blumen. Dann bleib doch bei den Blumen. Schlimm, schlimm, schlimm. So. Hä? Der hat drei. Ach so. Der macht dann automatisch vier. Okay. Aber ich mach fünf. Nee. Fünf kann er nicht. Er kann nur drei oder vier. Also, ein, zwei, drei oder vier. Das sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Das ist ja jetzt nicht so eine riesige Deko. Aber das ist zumindest schon mal was Schönes. Da sind die kleine dahin, wenn wir doch sagen, wir wollen die groß haben. Ja, ich hab dich gerade eben noch gefragt. Nein. Doch. Du hast gesagt, du willst was Abgeschottetes haben, wo man nicht drüber laufen kann und so. Und das kann man nicht. Ja, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte eigentlich hier, ähm, hier so einen Zaun reinmachen. Das Problem ist, bei den Zäunen, wir haben nichts so richtig, ja, wo was offen ist. Das haben wir halt nur mit dem Grünen hier. Ey. Möp, möp. Und warum ist hier kein Springbrunnen in der Mitte? Weil wir keinen haben. Weil man könnte einen machen. Ne, man kann eben keinen machen. Das ist ja das Problem. Doch, wenn du das erhöhen würdest, könnte man Wasser runterfließen. Ach so, ja. Das können wir ja, aber da brauche ich ein bisschen mehr Platz für. Das können wir dann an einer anderen Stelle machen. Macht ihr die teuren Lampen rein? Boah, geht. Ich weiß gar nicht, warte. Das sind zehn Edelsteine. Also so mega teuer sind die jetzt nicht. Sind wir mal ganz ehrlich, ne? So. Sieht doch ganz schön aus. Ist jetzt noch nicht High-End-Dekoration, aber ich sag mal, so für den Eingangsbereich, wenn du dir vorstellst, dass dann alles blüht, ist das doch schon mal ganz schön. Ja. Oder nicht? Oh Gott, was macht der Epi denn jetzt hier für ein Quatsch? Was denn? Was wohl? Macht ja nix. Sieht nur irgendwie ein bisschen komisch aus, wenn die so nebeneinander stehen. Nein. Das muss so sein. Ich hätte sonst gesagt, machst du hier eins hin und da ein oder hier eins so hoch. Aber schiebst du doch. Oder über diesen Dingern hier drüber. Ich weiß nicht. Ich muss mal gucken, wenn es, wenn es, ähm, wenn es nacht ist. Ich will wissen, wie es aussieht, wenn es nacht ist. Aber jetzt wird es wieder nicht nacht. Jetzt ist irgendwie... Also die gehen auf jeden Fall automatisch an, so viel kann ich dir sagen. Ja, das ist ja bei den anderen Sachen auch, bei der Scheune und so. Ich würde nur gerne irgendwo hier so ein Feld haben, wo wir es machen können, dass man sich hinsetzen kann. Warte mal. Warte mal. Oder kann man... Das haben wir hier auch... Achso, das haben wir wegen den Sachen. Wir könnten das natürlich... Moment, das mache ich mal eben zur Seite. Dann setze ich das Haus ein bisschen zur Seite. Nehmen wir die Sachen. So. Wir gehen das jetzt nochmal so rum, ne? Äh, ich hoffe, es war jetzt kein doppeltes. Ne, es war eine einfache, okay. So. Dann kann man sich... Bist du schon wieder weg, oder? Ne, da hinten bist du. Guck mal. Dann kann man sich hier so hinsetzen. Und dann kann man den schönen Ausblick hier vorne genießen. Wißt du das? Ne. Ja. Ja. Ja, du nicht. Das ist ja mal... Das hast du von mir abgekupfert. Das ist genau mein Setting, wie ich das habe. Wie dein Setting? Was für ein Setting? Da geht es. Hä? Wie ich es bei mir auf der Farm stehen habe. So ist es da genau. Nö. Aber du musst hier noch die Fahne hinmachen. Die Twitch-Fahne. Ne. Setz dich mal eben mit hier hin. Ne. Nur ganz schnell für ein Bild. Warte kurz. Ich muss eben was auswählen. Wenn ich es finde. Oh Gott. Der Epi hat schon wieder irgendeinen Blödsinn im Kopf. Das weiß ich jetzt schon. Hm? Das ist doch scheiße. Ja, finde ich auch. Weil wir warten jetzt hier die ganze Zeit darauf, dass du dich mal ganz kurz hinsetzt für ein Bild. So. Jetzt ist es sogar... Ist es am Schneien? Nein. Nein, das ist ein Grimmchen. Oh. Keine Ahnung. Ja, es ist am Schneien. Hinter uns das Haus ist ganz weiß geworden. Außerdem ist es jetzt Nacht. Okay. Er ist noch nicht ganz so... Warte mal. Ja, aber das ist blöd. Ich finde, hier vorne fehlt was. Du müsstest eigentlich komplett am Weg entlang die Dinger machen. Das sieht doof aus, wenn die nur da diese vier Dinger beleuchten. Naja, das Problem ist, ganz vorne kann man es nicht hinstellen. Hä? Ja, hier ganz vorne, wegen dem Torrahmen geht das irgendwie nicht. Können wir nur dreimal hier. Also hier noch zweimal. Ach so, oder? Ja doch, man kann die hier nicht hinstellen. Oder so. Sicher, das meinte ich ja. Dann sind die so an den Blumen dran. Ja, aber die leuchten ja dann. Das ist ja der neue Wegbeleuchtung, richtig. Aber du musst das dann auch noch in die Mitte machen. Eigentlich musst du komplett... Ja, aber das wird dadurch wesentlich heller. Guck mal. Ja. Weil du siehst ja sonst nichts. Du bist ja blind. Ja, ich vor allen Dingen, genau. Du bist ja keine Eule. Nee, das stimmt. Ich kann meinen Hals nicht um... Was war das? 360 Grad drehen? Ja, aber die können auch gut drehen in der Nacht. Ja, 360 Grad glaube ich nicht, aber fast, ne? Also die können die unheimlich... extrem... drehen. Unheimlich unheimlichen. Na, geh da rein. So. So. Ich hasse es ja immer, wenn es nachts ist auf der Farm. Aber so ein beleuchtetes Blumenbeet hat auch was für sich. So, haben wir jetzt hier alle ja, ne? So sieht das aber auch schon schön aus. So indirekte Beleuchtung. Hm, ne? Ne? Das ist ja erstmal so unser erstes... äh, unser erster Versuch sozusagen. Auf der anderen Seite machen wir dann auch noch eins hin. Würde ich sagen. dass wir dann da vielleicht, äh, auch mal die hohen Hecken machen oder so. Weiß nicht. Dann gehen wir vielleicht hier weiter oder auf der Seite dahinten. Müssen wir mal gucken. Wie hoch sind die? Kann man da... Warte mal, ich muss mal eine, wenn wir die hier brauchen, muss ich mal eine hier hin machen. Achso, meinst du, ob wir da drüber springen können? Ja, das interessiert mich jetzt auch. Ja, sonst macht das aber hier mal direkt hin. So. Oder auch nicht. Ne, siehst du, du kannst nicht drüber springen. Das ist schon mal gut. Ne, eigentlich ist das doof, weil du kommst da nicht rein. Ja, aber das ist ein Sichtschutz. Da kann man dann Sachen hintereinander machen. Sagst du was doch nicht, wenn ich mal kurz einen Schluck Wasser trinken will. Wusste ich doch nicht, was du Wasser trinkst gerade. Ah. Ihr habt doch gesagt, mein Hals ist total im Eimer. Ähm, wir könnten das theoretisch... Ich weiß nicht, inwiefern wir das jetzt hier hinstellen können. Weil es sieht eigentlich ganz gut aus, wenn wir jetzt hier so den Streifen zumachen, finde ich. Und den Rest lassen wir erstmal da hinten stehen. Und das noch. Und so. Dann machen wir hier die beiden noch rüber. Ich finde, das sieht schön aus. Da können wir jetzt zum Beispiel das machen, was ich gesagt hatte. Mit dem Zaun drumherum. Den hier zum Beispiel. Ich sehe jetzt hier irgendwie so gar nichts mehr, jetzt wo es dunkel ist. Aber ich hoffe, dass das einigermaßen... Ach so, kann man da die Farbe verändern? Ne, kann man leider nicht. Schade. Bei so vielen Sachen kannst du die Farbe verändern. Aber bei dem, wo ich jetzt gesagt hätte, es wäre schön, wenn man es machen könnte, da kannst du es nicht. Naja, müssen wir es dazu machen. Was wir da machen könnten, damit das so ein bisschen indirekt beleuchtet ist. Jetzt ist das vielleicht noch mal eben zum Abschluss. Und hier kannst du die Farben ändern. Wobei die nicht besser aussehen, wenn man die Farben ändert. Ach so, kann man das nicht genauer. Ich wollte gerade die Farben verkaufen, aber irgendwie haben wir so wenig Möglichkeiten, da was abzuverkaufen. Wir haben zu viele im Lager, nur zu wenig, die wir verkaufen können. Verstehe sie jetzt nicht. Und das Verbessern kostet halt 200 Diamanten und 124 Pilze, die wir hätten. Und die Diamanten hätten gleich auch. Also die Pilze hätten wir. Ja, ja, hätten wir. Aber dann sind die Pilze weg. Dann haben wir nur noch 20 oder so. Aber gut, das ist ja, das machen ja die Schweine. Die müssen wir dann einmal abernten. Nur dann hätten wir mal wieder, naja. Ja, also sagen wir es mal so, man muss halt immer ein bisschen, ja. Genau, wie meine Oma immer gesagt hat, die Backen zusammenkneifen. Damit du dann halt auch wieder, also erstmal ein bisschen sparen, sage ich jetzt mal. Beziehungsweise in dem Fall jetzt ein bisschen was ausgeben, damit du dann im Nachhinein mehr wieder reinkriegen kannst. Das ist halt der Nachteil. Also einmal würde ich sagen, können wir auf jeden Fall machen. Ist jetzt ein bisschen blöd wegen der Deko, aber das waren, was hast du gesagt, 300? Ne, so 200 waren es, glaube ich, gerade, ne? Ja, aber ich verkaufe ja dann auch wieder welche. Ich stehe ja hier und verkaufe erstmal, muss ich gucken. Wir haben noch Blumen zu verkaufen, glaube ich. Ach, der steht mit seinen scheiß Dingern da immer noch. Auch bloß ab, ey. Aber ich finde es gar nicht so schlecht. Also ich finde das so, wenn man das direkt vergleicht mit dem Zaun, vielleicht ein bisschen schöner. So ein bisschen edler oder keine Ahnung. Aber ich finde es wird. Also, doch. Zaun findest du besser oder was? Ja, ich habe daneben, habe ich ja jetzt einen Zaun gemacht. Das ist übrigens der einzige, der mir wirklich bei den Blumen gefällt. Allerdings gefällt mir die Farbe nicht so, muss ich gestehen. Ich hätte lieber gehabt, dass man da drei, vier verschiedene Farben haben kann. Ich habe da jetzt Licht noch mit reingemacht, ne? Dass die auch ein bisschen beleuchtet sind. Aber so alles in allem, finde ich, sieht das gar nicht so schlecht aus. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare. Wie ihr dazu steht, ob ihr vielleicht irgendwas anders gemacht hättet. Ich meine, sehr viele hätten jetzt wahrscheinlich sehr viel anders gemacht. Dafür ist es ja nun mal da. Dass jeder seine eigene Kreativität ausleben kann. Und ich würde eigentlich sogar fast sagen, dass wir hier so diesen ganzen Eingangsbereich hier überall so ein bisschen mit Blumen verzieren. Weil wir haben ja genug, oder halt noch ein bisschen andere Deko, ne? Wir haben ja genug Möglichkeiten, uns hier so ein bisschen auszutoben. Was ich wohl machen wollte, da bin ich jetzt am überlegen, wie wir das am besten machen. Ich hatte ja gesagt, irgendwo in der Nähe, naja, eigentlich müssten wir das hier machen, wenn wir ein neues Grundstück frei machen. Irgendwo in der Nähe der Bäume wollte ich nämlich so eine kleine Stelle machen. Bei den Schweinen kann man es jetzt auch schlecht machen. Oder kann man das hinten vielleicht machen? Meine Schweine sind hier. Wenn man da einfach noch ein paar Bäume hinsetzt. So ein bisschen Wildwuchs hier. Naja, hierhin. So, und dann... Und dann... Und dann... Und dann... Ja, aber da müsste man eigentlich die Holzste... Da gibt es doch so Holz, warte mal. Ja, Holz ist doch im Hintergrund. Oder meinst du diese Baumstümpfe hier? Ja, kann man sich da draufsetzen auf den hier zum Beispiel? Ne, ne? Ne. Doch! Doch, ja, das ist nicht viel cooler als diese Bänke irgendwie. Beim Lagerfeuer irgendwie ist das cooler. Warte mal. Ach, ja! Ja, wir machen es anders. Pass auf. Ich weiß, was wir nehmen. Und da gibt es den Stamm auch. Den Stamm. Genau. Den machen. Da kann man sich bestimmt auch draufhauen. Jetzt hat sie die kaputt gemacht. Die hätten wir noch woanders nicht machen können. So, ist das schön. Aber den Baumstumpf finde ich jetzt nicht so gut dafür. Den kannst du vielleicht ein bisschen verschieben, dass der ein bisschen weiter rechts steht oder so. Boah, ey. Ich mach hier mal erstmal... Ich kann nicht mehr. Genau, Moment. Wir müssen aber dann auch den Boden natürlich ein bisschen verändern hier. Genau. Richtig krass, oder? Weil das ist natürlich so wüstenmäßig, sieht es vielleicht ein bisschen... Jetzt kann ich das nicht machen, wo ich die Sachen hingestellt habe, oder wie? Den ich jetzt hier veräppeln? Doch. Die muss ich dann aber einzeln machen. Was hast du denn da gemacht? Hast du gerade Pipi gemacht, oder was? Das ist ja gerade so... Ach, guck mal, da ist automatisch Wasser drunter. Ach so. Man muss gar nichts da drunter. Ich dachte, man muss Wasser essen. Ach, dann ist das logisch, dass da keine Fische... Ach so. Aber das ist andererseits... Ja gut, wozu brauchst du eine Brücke auf dem Trocknen, muss man dazu sagen, ne? Ähm, warte mal, dann mach das hier... Ähm, warum geht das nicht? Warte mal, ähm... Weil die Wasser, oder ähm... Ja, ich wollte das mit Y verschieben, das geht nicht. Hä? Warum kann ich das Wasser nicht mehr verschieben hier? Das geht aber. Da hab ich gerade reingepullert. Ja. Ja, weil dann... Da müssen wir nämlich... Darüber, wenn man zu dem Ding muss... Und dann sitzt man in einem kleinen Teich hier... Ohne Fische. Ja, warte mal. Ja, dem können wir... Aber was für Fische würden da drin leben? Wir müssen das ja ein bisschen... Hier so eine Forelle vielleicht, oder? Da würde eine Forelle... Forelle das leben, oder? Weil die können wir auch angeln, dann. Gibt's da auch eine Angel? Ne. So. Ja, also eine einzige Forelle, super. Nein, da sind zwei drin. Du hast das doch gemacht. Moment, dann mach ich hier aber auch ein bisschen Rasen, weil das sieht ein bisschen komisch aus, wenn das da plötzlich so Sand drunter ist, ne? Ja, das ist ja so ein grober Entwurf hier. Ich will das hier noch viel besser machen. Und zwar hab ich mir hier was gedacht. Das hast du aber noch nicht verstanden. Ah, nee. Warte mal, dann mach ich mir hier die Forellen auch hin. Wo sind die Forellen? Doch, ich... Ah, das wollte ich nicht. Die grüne genommen, oder welche hast du genommen? Ne, die normale habe ich reingemacht. Normale Lachs. Lachs ist Räuber. Oh, das war zu viel. Zack. Zack. So. Das geht nicht. Scheiße. Das ist ja... Hab ich gewusst. Das geht nicht. Ja, weil hier unten die Schweine sind. Deswegen geht das nicht. Wir können... Wir können... Warte mal. Ne, ne, warte doch mal. Wir können... Was machst du denn? Wir können das doch hier abbrei... Äh, kürzer machen. Nein, ich... Du hast das nicht verstanden. Ich verstanden, was ich vorhin habe. Doch. Nein, das ist nicht. Lass mich das mal kurz machen. Wie ist das? Ja, weil ich das auch. Ne, so wollen wir das ja gerade nicht haben. Ja, doch. Ich würde dann hier den ganzen Streifen als Wasserbecken für die nehmen. Ja, denn mach. Ja, weil so gehen unsere Fische ja drauf. Die gehen nicht drauf. Warum sollen die drauf gehen? Ach, jetzt kann ich das nicht machen, weil... Machst du mal unten die Schweine eben weg, bitte. Welche? Die hier oder was? Ne, die hier links vor mir, wo ich stehe. Nur mal kurz zur Seite eben setzen. Die drei da oder... Ja, drei sind es, glaube ich. Das ist so ätzend. Äh, was habe ich jetzt gemacht? Du hast Wasser gemacht. Ich habe keine Ahnung, was du da gerade fabrizierst. Ja, ich nehme mit Y... Ach, scheiße, warte mal. Hä, ich nehme mit Y die auf? Ja. Aber das geht nicht. Ich wollte die eigentlich nur hier rüber setzen, da oben. Ah, jetzt. Jetzt sag mir nicht, ich muss jetzt tatsächlich wegen... Hä? Ich weiß nicht, was du vorhast, das verstehe ich nicht. Wie kann ich auf Handlage... Was will der jetzt von mir? Wieso kann ich das jetzt nicht runtersetzen? Fällt es bereits in Nutzung? Was soll der Quatsch? Ja, ich kann das nicht verkürzen. Warte mal. Ich setze mal oben das eine hier mal eben um. Ich will mich doch hier vergag eiern. Oh. Jetzt hat er zwei gemacht. Das wollte ich auch nicht. So wollte ich das. Ich wollte es aber nicht wieder weg machen. Ach, jetzt macht er das nicht, weil da die Straße ist, oder was? Oh, wo willst du mich denn hier? Das ist doch nicht normal. Moment, das ist erst mal richtig. Das mache ich erst mal wieder hier dran. Das stellen wir wieder zurück. Hä? Ist so doof. Du sollst das verschieben. So. Das können wir soweit auch machen. Tun wir wieder hier hin. Es sei denn, wir müssen das eine hier gleich wieder weg machen. Das kann natürlich auch sein. Ich hasse dieses ewige, du musst alles umbauen, was überhaupt gar nicht da ist, in dem Bereich, wo du irgendwas machen willst. Was hast du denn jetzt vor überhaupt? Ich verstehe jetzt nicht. Ja, was wir gesagt haben, das wird das ein bisschen kürzen. Weil die Schweine sollen ja nicht kürzer sein. Aber du willst ja da hinten das Wasser haben. Ja, aber jetzt machst du es kaputt gerade. Nö. Und das sah vorher schön aus. Jetzt sieht es nicht mehr schön aus. Wo sind jetzt die anderen Schweine hier? Wollte die anders setzen, aber... Weil dann haben die jetzt immer lecker Futter. Die essen keine Fische. Doch, die essen Fische. Nein. Oh, nee, das ist die grüne Forelle, die wir jetzt gerade brauchen. Ja, grüne? Nicht die grüne. Nein, wir haben doch die ja normale gemacht. Hier oben ist auch noch eine. Ja, die kannst du noch hier vorne machen. Halt die. Wolltest du die hier vorne noch so machen, oder? Ich weiß nicht. Irgendwie würde ich hier jetzt eher so einen Futterdruck machen für die Schweine irgendwie noch so. Damit die und einen... Weißt du so, damit die was zu futtern haben auch. Äh, wie war das nochmal? Moment. Hier, das sollte ja ab... Warum ist jetzt hier eigentlich die Straße? Die habe ich da rüber gestellt, nur... Wo war das? Warte mal. Wo ist der Schwein? Wo bist du, du Schwein? Ja. Ja, weil hier ja noch eine andere Sorte hinkommt, deswegen... Ja, ja. Äh, die wir... Achso, die wir erst bei Level 70 dann frei haben. Naja, gut. Haben wir schon frei geschaltet, aber können wir erst bei Level 70 dann reinmachen. Na gut. Na gut. Was haben wir euch denn jetzt hier? Das sieht irgendwie komisch aus. Dann doch besser so, ne? Ich finde das so blöd, dass man hier diese Ecke hier nicht so schön hat, dann... Eigentlich wirst du dann wieder gezwungen, dass du es halt eben gerade machst. Weißt du, was ich meine, ne? Ja, du machst gerade das Grün weg, ne? Ja, das ist besser, wenn hier oben grün ist. Ich finde das so blöd mit dem Sand hier oben. Das sieht nicht schön aus. Meinst du generell, ne? Naja, würde ich hier auch komplett nicht machen. Hier auch, oder? Ja. Ja. Aber ich finde, die Ecke, die ist gar nicht mal so schlecht. Das hätte ich übrigens auch... Ähm, habe ich leider zu spät erst dran gedacht. Wir hätten... Ach, genau! Oh, pass auf, das machen wir. Wir machen das Lagerfühl nochmal weg. Nein! Ja, Moment, Moment, Moment. Guck mal, dann braten wir die Fische, die wir hier geangelt haben. Mhm. Und hier essen wir die hier. Da kann man uns dann hier hinsetzen und essen. Fehlt jetzt nur noch der wandelbare Kühlschrank irgendwie. Ja, Kühlschrank. Ja, ein Kühlschrank. Äh... Naja, nee, das wäre zu viel, wenn wir jetzt hier irgendwelche Kisten oder sowas hinstellen würden. Ein Schuppen wäre auch zu viel, ne? Für die Ecke. Aber so an sich finde ich es ziemlich gut. Und ich würde auch ganz ehrlich sagen, bei der, bei dem so, dass wir uns jetzt damit auch verabschieden für heute, weil eigentlich wollte ich nur noch eine Kleinigkeit machen hier in der Ecke und dann fing der, fing der Epi plötzlich an, wir können ja noch dies machen und das machen und noch das Wasser runter zu den, zu den, äh, zu den Schweinen und weiß ich nicht noch was alles. Und jetzt haben wir heillos überzogen und die Folge ist unheimlich lange geworden, aber schreibt mir trotzdem gerne alles in die Kommentare. Wie ihr das gefunden habt, was ihr vielleicht noch ändern würdet oder wo ihr noch was dazu fügen würdet, worauf ihr euch vielleicht freut, was noch kommen könnte und so weiter und so fort. Ich habe auch nicht mehr alles im Kopf, was so beim ersten Teil dabei gewesen ist und ja, es wird dunkel. Das heißt, mit uns ist gleich gut munkeln und, äh, schon wird's wieder hell, wenn ich das sage. Das ist, äh, ganz cool. Ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.